So, mir fehlt tatsächlich noch zwei Häuser und dann bin ich... Okay, ich kann... Ich sag nicht, dass ich gerade durchgeschlagen habe. Aber wo sind die letzten zwei Häuser hin? Gibt es eine Karte irgendwo? Gab es irgendwie eine? Na gut, hier sehe ich einen Joker, was? Und Süßigkeiten! Süßigkeiten! Ah, hier, mach mal aus. Das, was ich tatsächlich schon habe, ist geöffnet? Genau, so. Und hier habe ich die Kiste gewaltt. Oh je, Mini. Und wir haben die nächste Karte. Und zwar eine Erfahrung bekommen. So, aber trotzdem fehlt uns noch ein einziges Haus. Wo ist dieses Haus hin? Das ist definitiv neu. Ganz weit, da gab es eine Karte. Ja gut, zwei Dateien, zwei Dateien. Kann man nichts machen. Ne, die Add-on, das ist schon mal nicht. So, da ist kein Licht. Die auch nicht. 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 Nichts! Da kommt mir sofort dieses Glied in den Kopf. gut hier ist nichts nichts das hau das haus hat entsättigt sieht das eine aus das hat mehr so es geht nicht anfassen es ist seite wenn es sei es warum trägt sie das überhaupt ich kann damit schon geladen das anfassen ist das freundliches halloween so und wir haben alle weiß abgeklappert wüsste ich hätte sie brauchen müssen okay na gut was geht's rein geht's so gut haben wir das schon erwähnt das macht den schaden ab ich 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 mit dem Busch jetzt 10. Raketen, danke. Und... Erstmal heilen wieder. Noch amerikanischer geht's nicht, oder? So, 14 Schaden, 14 Leben hat er noch. Kannst du den wieder berlippen, denn wann er nehmt das? Nee, kann's durch, aber... Oh, sehr gut. 110 EP, sehr gut. 110 EP, get up. I don't care. 110 EP, so gut, ab zur nächsten Kampf, let's fight. Den Heiler zuerst. Aber er war sehr gut. Gott, Appen Bist du daheim erst mal? Nächste Mal kannst du die Summe noch nehmen? So, dann müsse das für einen von beiden Stufen gewesen sein, oder für beide, wie ich vorher gesagt habe. Habt ich? Na ja, da hab ich. Na, ok, gut. Kannst du ja gar machen. Sieht ja auch, ich mach das nicht aus wie Soundwave. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Jetzt haben wir uns was erledigen. Das kann ein bisschen pushen. Wollt ihr nähen jetzt an? Au. Schade. Alter. Und wieder high natürlich. Woo! Nach einer Patriot-Patrimon, da gibt's nicht, oder? Mit so einem Kostüm ist er gleich so. Ich muss immer sich durch Schaden, oh mein Gott. Der Plaketenangriff auf der Tisch. Schaden und brennt. Und durch den Brandschaden kriegt er verliefert. 1200. Wie kann man das geben, was denn? Okay. Okay, gut, ich soll jetzt ein... Ja, ein Kostüm bauen. So. Aber ich wollte erst mal sagen, dann mache ich erst mal eine kleine Aufnahmepause. Wirklich eine kleine Aufnahmepause und dann... Ja, werde ich weitermachen. Und werden wir uns bei derselben Stelle wiedersehen. Gucken wir vorhin spawnen. Aber die schöne Reise machen wir noch nicht auf. Na gut, bis er da ist. Man sieht sich. Wenn es euch gefeiern hat... Dann sag ich nur seins. Könnt ihr gerne Daumen nach oben da lassen. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ganz wichtig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.